Tag 563. Heute gibt es eine Menge Neuigkeiten aus dem Raum Togmak. Zunächst einmal wurde heute bestätigt, dass die Ukrainer eine der wichtigsten Versorgungsstraßen im Brückenkopf gesichert und mit der Verstärkung der Region begonnen haben, um die Offensivoperation zu verstärken. Wie ihr sehen könnt, verläuft die Straße nach Robotine sehr nahe an der Kontaktlinie und während der nördliche Abschnitt mehr oder weniger gesichert war, weil die Ukrainer eine Pufferzone aus mehreren Feldern und Baumreihen angerichtet hatten, so verlief der südliche Abschnitt direkt vor den russischen Schützengräben und Befestigungen, was bedeutete, dass die Russen die vollständige Feuerkontrolle hatten. Aus diesem Grund setzten die Ukrainer, wie mehrere russische Quellen berichten, jeden Tag mindestens zwei Transporthubschrauber in sehr geringer Höhe ein, um Munitionsnachschub nach Robotine zu liefern. Kürzlich veröffentlichte Aufnahmen zeigen jedoch, wie die Russen die Gräben und Befestigungen neben der Straße beschießen, was darauf hinweist, dass die Ukrainer die Russen auch aus ihren Stellungen westlich von Robotine vertrieben haben. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die beiden Grabnetze in der Nähe unter ukrainischer Kontrolle stehen. Die meisten Quellen deuten jedoch darauf hin, dass sich das gesamte Gebiet zumindest in der Grauzone befindet. Da die Russen wichtige Befestigungen um Robotine verloren und sich in allen Richtungen zurückgezogen haben, wurde der Druck auf die ukrainische Logistik gemindert. Und die Ukrainer verstärkten ihre Angriffe auf Verbové zusehends und durchbrachen dabei kürzlich eine weitere Verteidigungslinie. Wie ihr sehen könnt, besteht die zweite Verteidigungslinie aus mehreren Befestigungslinien. Die erste Befestigungslinie wurde geschaffen, um einen mechanisierten Durchbruch zu verhindern, weshalb sie einen Panzergraben, Brachenzähne und ähnliche Befestigungen hat. Die zweite Befestigungslinie ist auf die Abwehr von Infanterieangriffen ausgerichtet, enthält zahlreiche Feuerstellungen und ist in kleinere Einheiten aufgeteilt. Vor etwa einer Woche gelang es den Ukrainern, den ersten Teil der Verteidigungslinie zu durchbrechen, wie aus den Aufnahmen ukrainischer Kämpfer hervorgeht, die auf ihrem Weg zur Kontaktlinie die Drachenzähne passierten. Danach gab es eine kleine taktische Pause und wie russische Analysten feststellten, bereiteten sich die Ukrainer auf einen zweiten kraftvollen Vorstoß vor, denn es wurde beobachtet, wie sie diese Region mit Elementen der 82. Brigade verstärkten. Die Analysten sagten voraus, dass der Hauptangriffsvektor südlich von Verbové liegen würde, wo die Ukrainer versuchen würden, tief einzudringen und die russische Versorgung des Dorfes zu unterbrechen. Und genau das ist geschehen. Die Wahl des Ziels ist nicht überraschend, denn ein Blick auf die topografische Karte zeigt, dass sich die russische Verteidigungslinie in der Tiefebene befindet und damit an ihrer schwächsten taktischen Position. Obwohl die Ukrainer in der Regel entlang der Baumreihen angreifen, nutzten sie ihre neu gewonnenen Vorteile, um den relativen taktischen Vorteil zu vergrößern und statteten unterstützende Angriffe von einem etwas höher gelegenen Gelände aus. Um der Infanterie die Arbeit zu erleichtern, konzentrierten die Ukrainer ihren Artillerie- und Drohnenbeschuss auf diesen Abschnitt der Verteidigungslinie. Geolokalisiertes Bildmaterial zeigt, wie die Ukrainer die Baumreihen mit Streumunition beschießen, um die russische Verteidigung zu schwächen. Auch ukrainische Drohnenoperatoren der 82. Brigade veröffentlichten zahlreiche Videos von der Vernichtung russischer Kräfte. Die Drohnenangriffe dienten der Vorbereitung von Angriffen auf ausgedehnte Grabnetze, denn selbst Streumunition ist nicht so wirksam wie eine gelenkte Drohne, die die Russen jagt und zur Strecke bringt. Nach einer Reihe von starken Bodenoperationen, die auf die Artillerie- und Drohnenangriffe folgten, wurde die russische Verteidigung südlich von Verboweh durchbrochen. Ukrainische Kämpfer veröffentlichten ein Video, das bestätigt, dass sie die Kontrolle über neue Schützengräben übernommen haben und sich darauf vorbereiten, die davor liegenden Baumreihen zu stürmen. Bald verlagerten sich die Kämpfe südlich von Verboweh, wie die geolokalisierten Aufnahmen der russischen Artillerieeinschläge zeigen. Die ständigen Artillerieschläge reichten jedoch nicht aus und die Russen begannen zu befürchten, dass die Ukrainer tatsächlich tiefer eindringen und einen vollständigen Einbruch der Front herbeiführen würden. Deshalb setzten die Russen zusätzlich ihre Luftwaffe ein und warfen massive Bomben auf die Felder ab, um einen Vorrücken der Ukrainer zu verhindern. Angesichts des übermächtigen Widerstands beschlossen die Ukrainer, sich auf die Verbreiterung der Kontrolle über die zweite Verteidigungslinie zu konzentrieren, um diese vollständig abzuschneiden und sich weitere Optionen zu erschließen. Dennoch scheinen die Russen gemerkt zu haben, dass die Lage um Verboweh kritisch ist und dass sich die Geschichte von Robotini wiederholen wird, weshalb sie mit dem Bau neuer Verteidigungsanlagen östlich von Verboweh begonnen haben. Satellitenaufnahmen von Planet Labs zeigen, dass die Russen, die zuvor nur einen Graben zur Abwehr von Fahrzeugen hatten, nun auch Drachenzene dahinter gesetzt haben. Insgesamt durchbrachen die Ukrainer inzwischen alle Befestigungslinien, die die zweite Verteidigungslinie bildeten und ihr Ziel ist es nun, den Brückenkopf zu erweitern. Die Analysten kamen zu dem Schluss, dass die Gewinne endlich operativ bedeutsam werden und russische Gegenangriffe jetzt viel weniger erfolgreich sind als früher, weil die Ukrainer die eroberten Befestigungen benutzen können, um die Russen leichter abzuwehren. Wenn ihr gegen die Invasion der Ukraine seid und unsere Arbeit unterstützen wollt, solltet ihr einen Blick in den Online-Shop UA Supporter werfen. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.